Willkommen Freunde zurück hier bei Skywim wir müssen in Weislauf ein Haus ausräumen ich denke mal das werden wir auch noch machen und dann gucken wir erstmal dass wir ein paar andere Sachen machen außer die Gilde ja das zieht sich hier doch ganz schön irgendwie länger als ich jetzt dachte ich hatte gehofft irgendwann müsste man damit noch mal fertig sein aber nein es war Weislauf das weiß ich auch wenn ich jetzt gerade auch wenn ich jetzt gerade nichts auf der Karte angezeigt gekriegt habe da stand Weislauf da habe ich immer noch nichts ist die Quest doch ist doch aktiv sehr schön ich habe keinen Questfall na schön ähm ich habe den Weislauf von seinen Wertsachen gefeiert Heimskrisshaus okay wo ist das Karte Karte was hab ich smallestes okay das hab ich nicht auf der Karte er ist so gut bis jetzt das heißt ich muss suchen und toll wir werden das nicht angezeigt weiter weißlauf ja ich möchte es aussuchen ich helfe meiner mutter dabei obst und gemüse zu verkaufen meistens macht es spaß aber es ist karte arbeit tja wie finden wir jetzt das aus das heißt jetzt müssen wir suchen das ist ja der toten, der ist der tempel ich habe gehört dass sie die dämmerwacht zurück ins leben gerufen haben papierjäger oder so in der alten festkopf hier das ist irgendwie doof jetzt warte mal hier 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 habt ihr euch schon als seltener da oben kann es nicht sein ihr seid der beste könnt ihr mein Vater sein? leider nein mein Herr habt ihr eine Münze übrig? was finde ich hier? ich finde das Haus nicht hier ist nichts mehr hier nein ich finde es jetzt nicht ich weiß noch keine Ahnung warum wir keinen Quest Marker haben hier Heimshaus ja da wir schon mal hier sind da wir schon mal hier sind könnten wir mit den Gefährten was machen ok habe ich auch wieder ein Quest weil das ist so lustig ok da warte ich probiere es noch einmal kurz hier ne weg keine Ahnung wenn ihr bis wo das Haus hier ist könnte mir jetzt aber sagen ich finde sie jetzt nämlich nicht wie ist der Kerl der hieß ne hm das weiß ich jetzt grad nicht ich ja 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 wir müssen immer wieder ein bisschen was als Wehrwolf machen wenn wir schon die Talente hochkriegen hoi jemanden wie euch hätte ich nicht als Herold erwartet aber Kodlak hat eurem Urteil vertraut und das werde ich auch tun wir haben ein verzweifeltes Sendschreiben erhalten aha ein Bürger aus Ostmarsch wurde entführt die Gefährten haben unsere Hilfe erbieten und wir werden sie nicht enttäuschen besonders wenn die Bezahlung dermaßen gut ist trödelt nicht kaum auszudenken was passieren könnte wenn ihr zu spät kommt ok ok auf Rettungsmission also raus hier wo genau ist das denn da hinten da da waren wir noch nicht ich würde sagen dann machen wir es von da aus können wir einfach da rüber gehen hoffentlich ok wir müssen jetzt irgendwie da hoch war vielleicht eine scheißidee das werden wir sehen ich glaube es war eine ganz miese Idee wartet mal nein hier will ich hin was sagt denn unser ok hab ich auch halt ok hierher und jetzt sehe nichts ich gehe es mir rüber ok ok passt mit dem Feuer auf brennt jetzt nichts ab ok hier lang ok hier lang irgendwas irgendwas und tschüss und tschüss ok ok egal wir müssen erstmal hier weiter ja hau ruhig ab ja hau ruhig ab ich bin mir gespannt wo sie uns her schickt ja ok hier haben wir erstmal einen Weg was und jetzt gibt es keinen direkten weg mehr du fühlst du auch in weg um uns zu sagen sehr witzig sehr witzig was das die pappnasen hier wo ist eine andere jetzt ja tschüss nur jeweils einmal hier oben über die genie um die schuren berg gekommen nicht hoch aber hierher wieder zaubern manchmal einfach nur blöd ist ich hoffe wir kommen zu hoch ja sehr gut sollte das jetzt hoppala machbar sein und dabei runter so die beste gestalt ist jetzt oben oder ist die unten das werden wir jetzt sehen ok ich würde mal sagen die ist naja könnte auch die ist hier oben oder hier ist doch unten aber speichern ouch wo bin ich jetzt reingelascht wahrscheinlich eine bärenfalle ach du scheiße na gut mach mal einen wolf oder und der begleiter ist nicht da also wir raus also perfekt können wir wieder reingehen gut ach komm wir machen den wolf ist lustiger hallo so Was muss der Begleiter eigentlich denken, wenn man sich vorhin zum ersten Mal in Wolf verwandelt? Oh, wie recht du damit hast. Oh nein, wir kehren noch nicht zurück. Hier gibt es noch. Komm her. Oh, es waren sogar direkt zwei Missionen, die wir jetzt gemacht haben. Perfekt, hier geht es noch weiter, oder? Aha. Okay, da gibt es dann auch einen Rückweg. Das heißt, wir gehen zum Anfang, warten bis wir kein Wolf mehr sind, sammeln alles ein und gehen dann wieder raus. Das klingt doch nach einem... So, das heißt, wir warten eben drei Stunden, dann muss das ja vorbei sein. Na, noch nicht? Gut. Doch, jetzt. Schwupp. Was? So. Hier liegt Gold. Hier liegt ein Buch. Hier liegt dieser, okay, der hat nix. Schlüssel, nur Tomate. Okay, wieso ist hier jetzt der Quest-Pfeil immer noch? Hätte mal mit dem reden sollen, aber es warte mal. Wie ist die Quest? Befreie! Oh! Upsi! Okay, den hätten wir nicht. Tja, Pech gehabt. Hier können wir gut verkaufen. Oh! Schaut doch gerade schon, wie wir hätten, wir würden zu viel tragen, oder? So. Was ist das denn? Schick. Was ist hier drin? Dietrich Gold, Zauberton. Okay, jetzt musst du mal wieder ein paar Sachen nehmen. Ein paar Waffen. Falls sich jemand an uns anschleichen, was braucht ihr? Was gibt es? So. Okay, das Problem, wir haben ihn jetzt getötet und dumm gelaufen. Okay, gehen wir mal zurück. Sorry. Sorry. Viskas. Das will Kost nicht. Viskas. Viskas war was anderes. Du, das war so nicht geplant. Hopp. Oh, ich glaube, das ist das erste Mal, als wir uns wehgetan haben, als wir da runtergesprungen sind. Ja, aber jetzt kriegen wir bestimmt eins wieder auf den Deckel, weil wir ihn getötet haben. Das heißt, die Belohnung wird schlechter ausfallen. Schade, sagt er nur. Ja, kommt zu mir, wenn die Angeber aus Reach behaupten immer, dass kein Gefangener aus ihrer Mine entkommt. Nein. Über die, die sich auf dem Weg nach Markkart aus dem Staub machen, reden sie aber nicht so gerne. Einer ist geflohen. Und ihr werdet diesen Feigling finden. Mittlerweile ist es ihnen egal, was mit ihr passiert. Mir ebenfalls. Am besten tötet ihr sie einfach, damit es schneller wird. Okay. Seid vorsichtig. Diese Frau gilt als gefährlich. Ja. Mal schauen, was er macht, wenn ihr einem Wolf entgegentritt. Okay. Freunde, ich würde sagen, das war es für heute. Wir werden uns einen schönen Platz draußen auf der Bank suchen. Ja, ja, ja. Wir setzen uns hier. Nein, das muss ich dir dann angucken. Da will ich mich. Ist die Bank hier frei? Genau. Wir setzen uns hier hin. Und ich würde einfach mal sagen, wir sehen uns nächstes Mal hier wieder. Und bis dahin. Ciao.